So. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft so schnell nicht, ich kann so schnell nicht lesen. Es tut mir ja leid. Ich bin langsam. Hey, ich habe auch eine Flöte, da ich mitmachen. Entschuldigung. Stimmung versaut. Ich habe damals noch nicht, ich habe das letzte Mal. Ich habe die Frage, was ich nicht mehr, die mir in der vorstellung von, was ich noch nicht mehr, wenn ich mich jetzt nicht mehr beachten möchte. Jetzt ist es, dass die Zeit der Begegnung des Zettbewerbs des Zettbewerbs des Zettbewerbs des Zettbewerbs des Zettbewerbs. Jetzt ist es wieder, das ist das Wichtigste. Wir werden uns immer noch einiges für den Tag. Ich habe einiges an, ja. Ich habe das Wichtigste, der alle Schäuers des Zettbewerbs des Zettbewerbs des Zettbewerbs des Zettbewerbs. ob eine stunde reichen wird es ist die lautstärke so okay bis jetzt wir sind das immer genau die stimme kann ich leider nicht noch lauter machen ich muss man nicht gucken wobei doch warte warte Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Wobei unser Keller sieht ziemlich gemütlich aus, im Gegensatz zu dem hier. Anfänger. Anfänger. Alter, die sieht aus die Makima. Die Links. What the fuck? What the fuck? Die sieht aus die Makima. Was ist denn da jetzt los? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, dieses Cosplay wird mich jetzt verfolgen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder einen Gefangenen mit Kapurz, um das Aussehen. Ja, das würde ich eher machen. Aber guck mal, die sieht aus wie Makima. So von der... Die Haare einfach. Die hat auch genau die geflochtenen Haare. Dreh ich mal. Please. What the hell? Alter, das ist jetzt... Das ist jetzt gerade sehr gruselig. Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Ha. Ha. Wacata. Omae da na. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du Anpassen auswählst. Einmal festgelegt kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Bald auch im Spiegel. Bald auch im Spiegel, ja. So, wir machen mal hier. Das wird jetzt lange dauern. Jetzt die Frage, was für einen Charakter mache ich? Ha, ich sehe schon, es gibt schon unendlich viele, boah. Allein das ist schon sehr breit gefächert. Ha. Nimm mal den Körper, warum? Pass das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du es in drei Stufen konfigurierst. Du kannst dann an dem Kopf, den du als Basis ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Okay. Ach, du heilige Scheiße. Wir spielen einfach eine Oma, das ist gut. Oha. Allein die Voreinstellungen sind schon krass. Ähm. Jetzt ist es halt die Frage. Wie viel Frisuren und so wird es geben, ob ich das dann auch so hinkriegen kann? Mal gucken. Eine Oma, warum nicht? Hä, eine Oma, die die Welt rettet? Da sehe ich mich. Die Gesichtsform sieht es nicht so schlecht aus. Aber das ist jetzt schwierig. Ich meine, ich kann es ja eh alles dann weiter anpassen. Da habe ich diesen Basiskopf. Hier sind die Makima-Haare, Alter. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Damn, da, dam, dam. Wo har die denn elfenohren? Oh mein Gott. Also ich muss drei Basisköpfe nehmen. Interessant. Das ist heftig. What the fuck? Wie detailliert ist das denn bitte? Also ich habe schon gehört, dass das sehr krass sein soll. Aber ich bin gerade sehr brav. Ach du heilige Scheiße. Okay. Das wird lustig. Lustig. Tralalala. Oha. Alter, was? Ich kann ja jeden Millimeter einstellen. The fuck? Okay. Hm. Frisur. Ach du Kacke. Wie viel gibt es denn? Okay. Also schon ein paar. Farbe Ansatz, Farbe Spitzen, Farbe Verlauf, Glanz, Frisur zurücksetzen. Oh boy. Okay. Also bis in fünf Stunden. Alter, das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Ich liebe sowas, ne? Aber das, wir sehen jetzt nichts anderes heute. Ah, geil. Oha, das ist auch cool. Ähm. Okay. Warte, die haben auch alle Farben. Das ist sehr nice. Ich will erst mal die Farbe, glaube ich, haben. Kann man die auch heller machen? Und dunkler? Ähm, zoomen wäre ganz nicht schlecht. Okay. Heute machen wir Charakter und beim nächsten Mal das Spiel. Yes. So sieht's aus. So sieht's doch aus. Ähm. Ja, die Farben sind recht dunkel. Jetzt schafft das Ergebnis gespannt. Ich, ja. Ich auch. Dann können Sie mir glauben, ey. Okay. Hm. 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 leon s kennedy gut die aufnahmen ist anders habe ich ja von schon beantwortet aber ja danke ich liebe ja so zeit katzen sonne kann man eigentlich noch so akzente der haare hinzufügen oder ich kann sogar die zähne aus alter war es ich kann jeden einzelnen zahn weg machen wie cool ist das denn ich muss jetzt mal gucken was ist ja alles geht what the fuck wie geil ist das denn ich kann nur namen machen oh mein gott muss die narbe oha oha überm bauch einer ich würde gerne im gesicht haben aber nicht so heftig die kleiner machen okay naja what the hell denn die käme ist im weg ja ich sehe es schon heiliger es ist ja hier eine wissenschaft gerade bämm ich sehe es ist jetzt du dass meine und meine kamera so im weg ist aber aber eigentlich das wird jetzt ewig dauern da sage ich euch rippchen du kannst über den ganzen körper ziehen das ist nice ich habe heute nicht zwei so können ja ich gönn mir ich gönn mir so nahe wird zwei bearbeiten ich finde den namen ziemlich nice nein jetzt hat er die genommen die wollte nicht nehmen bleibst du da wo du bist bitte für die andere hier hat er über dem ganzen gesicht easy peasy einfach von einem meh drescher ja okay Okay. Äh, 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 äh. Ja, gar nicht so einfach hier, ey. Okay. Okay. Tattoos. Oh mein Gott, das ist ja... Alter, Rippchen. Oberkörper. Mhm, mhm. Brustdicke. Oh, boy. Die Brustgröße. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, das will... Brustform. Ah ja. Ah ja. Du kannst ja alles hier machen. Oh mein Gott. Ich weiß, es ist ja da unten jetzt auch Narben an der... Egal. Oberkörper. Oh, Beamticke. Wir machen 69, das ist sehr gut. Ah. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich kann es ja echt alles machen. Viel Loot schleppen, dickere Waden. Sonst geht es eigentlich vom Körper her. Bewegungsstil. Okay. Ich kann einfach den Laufgang bestimmen. What the hell? Körperhaltung. Oh, nee. Wir laufen so. Ich habe keinen Bock mehr. Ende der Woche. Ich kann nicht mehr. Oh, shit. Oh, shit. Muskelkraft Oberkörpermuskulatur Alter, die bockst du ja immer aus dem Leben BAM Unterkörper Ja, die soll schon ein bisschen trainierter sein, ne? Das ist ja halt so BAM Eine Ohrfeige bis zum Umkreis Muskelstil Okay, man sieht ganz leicht so diese Verformungen Aber nur ganz leicht Das weiß ich nicht mehr Das ist eine gute Frage So Mach mal so Das ist ja gar nicht so einfach hier, ne? Die Haut Hautfarbe Hmm Grundstil der Haut Oh mein Gott Geil Es gibt so viele Sachen hier einzustellen Ich bin im Himmel Himmel Himmelarsch und Zürn Ich bin im Himmel Ich bin im Himmel Also schön fed am schwitzen hier Augenbrauen Oh boy Winkel Dekoböse auf jeden Fall Ich muss mal gucken, ob ich gleich die Augenbrauen noch mal anpassen kann Hi Nein Ja Ich brauche eine andere Form von den Augenbrauen Ah, hier gibt's die Scheiße, es gibt sogar welche mit Kat Das darf doch nicht wahr sein Bitte Bitte RIP my life Ich werde mich nicht entscheiden Ja, ich liebe Katze in den Augenbrauen und Narben Ich mag das So mit der Haarfarbe bin ich mir jetzt noch nicht so sicher hier Weil Ich bräuchte eigentlich Hellere Hmm Ich würde mir gerne in der Frisur selber basteln Ich lasse das erstmal kurz hier Dann müssen wir gerne in der Frisur nochmal gucken Also Körper an sich haben wir jetzt glaube ich Hopf Haut Die Augen Am Ende wird es das für Machima Wer weiß Eigentlich gefallen mir ihre Augen sehr Eigentlich muss ich daran nichts Ändern Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 was was wäre los bis später alles klar ach du heilige scheiße es 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 ich wechsle mal kurz herunter damit ihr auch was sieht also du kannst die augen ja richtig krass machen what the hell alter ja ich lasse mir auch zeit das macht sehr viel spaß auch das war cool ich liebe sowas verdammt geil so sie zum ghoul er jetzt ist auf drogen der editor ist echt umfangreicher schon krass not bad not bad weiße weiße wimpern sind ja auch richtig geil weiß nicht irgendwie finde ich sowas echt schön hallo johnny dankeschön für den raid und was gab's denn schönes bei euch hallöchen hallöchen was habt ihr schönes gemacht schön war nix haben predecessors gespielt wieso war es nicht schön was da passiert mh 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 RANDOM TEAMMATES sind immer halt, ist immer so ein Ding. Oh, okay, gut. Und vier Stück auf einmal machen es dann nicht unbedingt besser. Oh Gott, ja, sowas kenne ich richtig gut. Oh, ja. Ja, gut, da fühle ich mit dir. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden und jetzt bist du verstört. Wieso das denn? The fuck? Ja, ich glaube, das ist ein Ding. Ja, ich glaube, das ist ein Ding. In sechs Tagen ist es soweit. In sechs Tagen? Elden Ring? Ah, okay. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. ein typ in frauen der ein metal cover singt und finde ich jetzt nicht so schlimm wenn es wenigstens gut klang mh 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 Die sehen aus wie einfach Farbkleckse, ne? Das sieht doch nice aus. Das sieht doch aus. Das Motiv hätte ich gerne als Poster. Das sieht geil aus, ne? Das sieht doch aus. 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 Das ist ein Wildschwein. Ach du Kacke. Okay. Oh, ein Cerberus. Okay, das ist nice. Wildschweine. Okay. 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 Das ist auch doof. Testen. Spaß. Nee. Ein großes Haki-Mode. Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Wo wurde es denn angezeigt? Ich sehe es. Hä, wieso seht ihr das? Was soll denn das jetzt? Ich bin auch am PC. Im Chat. Bei mir ist es nicht groß. What? Ich gucke ja im normalen Chat. Aha. Funktioniert nicht. Betrug. Betrug. Das ist ein neuer Bitkommer. Ist ja wow. Bei mir wurde nichts angezeigt. Jetzt hier im Chat. Oh. Oh. Gemein. Warte, ich gucke. Oha. Wurde mir nicht angezeigt. Das ist ja gemein. Was mir so ein bisschen gefehlt ist so Körperschmuck. Schmutz. Cool, ich kann mich dreckig machen. Nice. Ja, Mann. Hier, dreckig. Ah. Narbe, Narbe, Narbe. Tattoo, Tattoo, Tattoo. Körpertattoos. Ah. 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 Weiblicher Mensch. Körper haben wir. Basiskopf. Anscheinend nicht. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Ein bisschen. Hm. Dann gucke ich nochmal bei den Frisuren. Weil eigentlich gefiel mir das gerade. Aber man kann nochmal gucken. Ich habe gedacht man hat ein bisschen mehr Möglichkeit mit den Haaren und so. 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 Konnte man sogar noch Strähnen und so hinzufügen. Dann konntest du dir deine eigenen Frisuren wirklich individuell anpassen. Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Wir haben es so gelobt. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Nee, ist schon sehr krass, aber ein bisschen fehlt mir noch irgendwie. Laufbahn. Wir sind natürlich. Oh scheiße. Ich hatte eigentlich. Wir sind Kämpfer. Das ist immer mein Ding. Ähm. Kann ich mir die auch anhören? Ah. Laufbahn! 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 Warum wird mir das nicht angezeigt? Diese Effekte. Muss ich noch irgendwas einstellen bei mir? Hä? Laufbahn! Das wird mir gar nicht angezeigt. Also, ne, ich sehe das bei mir nicht. Vielleicht mal F5, ich mache mal F5, ja. Vielleicht mal eine gute Idee. Habe ich jetzt gemacht? Ich weiß aber nicht, ob ich da irgendwas noch einstellen muss, somit bestätigen, dass ich das auch sehe oder, warte, ich guck mal hier. Hau ab. Also, sie sind bei mir an, aber... Das heißt, irgendeine Einstellung blockiert das. Da steht nur Test bei mir, Belohnung erhalten. Okay, vielleicht muss ich das erst mal einpaneln, ich habe keine Ahnung, bei mir wird es leider nicht so angezeigt. Ich glaube, ich sollte oben die Stimme nehmen. Das klingt alles sehr gruselig. Seltsam. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an Bader Twitch liegt, dass da irgendwas eingestellt ist, was ich noch aktivieren muss, das könnte durchaus sein. Gucke gerade mal. Gucke gerade mal. Gucke gerade mal. sie meinen dass sie das selber nicht ich sehe die an die vorschau aber wenn ich poste wird es mir nicht angezeigt was sind das sind quark okay da muss ich dann mal gucken danke fürs testen auf jeden fall seltsam die vierte das ist irgendwie das klingt damit man so wie dann klingt so als ob die frosche im mund haben okay ich habe eine ahnung ich bin ein bisschen traurig ich wollte eine wei nachstellen aber da fehlen viel zu viel sachen die ich hätte einstellen können ja ist okay wie alt machen wir sie also ich nehme jetzt einfach weil aber leider ist sie es nicht so ich habe mir mühe gegeben aber mehr einstellung gab es leider nicht spitzname in your face wie alt das war eigentlich ich habe keine ahnung ich weiß es gerade gar nicht ja jetzt